so hallo leute und in diesem video wollte ich euch sagen dass ich ich letzte kuh und fette kuh zurückgeben umtauschen beim mediamarkt weil mir die kuh einfach für diesen preis finde ich lohnt sich das nicht und ja und das spiel umtauschen halt ich hab jetzt ein paar folgen hochgeladen ich habe auch erwartet dass es besser ankommt und wie ich sehe an den aufrufen gefällt es euch auch nicht besonders gut und mir halt auch nicht besonders gut und deswegen habe ich mich dazu entschieden das spiel umzutauschen und mir dafür ein anderes spiel zu holen und welche ich damit beholen werdet ihr gleich erfahren wenn ich bei mediamarkt angekommen bin ich muss noch ein gutes stück laufen dass ich beim mediamarkt ankomme aber wollte ich noch mal sagen es tut mir leid die leute die gerne kuh guckt haben dass ich jetzt aufhöre aber es hat mir seltsam auch keinen spaß gemacht wenn mir selbst kein spaß macht ich mache es weiter dann gebe ich mir nicht mehr so viel mühe und so und das will ich halt nicht und dann hole ich mir jetzt ein neues spiel das mir mehr spaß macht und ja ich würde euch raten das spiel nicht zu kaufen weil 44 euro ist dafür ein bisschen zu viel aber ihr könnt ja noch ein bisschen warten das spiel ist ja noch relativ neu rausgekommen und deswegen wird das wahrscheinlich noch bald billiger aber wenn ihr es wirklich haben wollt noch ein bisschen warten dann wird es billiger oder es gar nicht kaufen aber ich sage es einfach nicht ihr müsst einfach selbst entscheiden was haben wollt ob es die spiel gefällt also meine meinung also ich würde euch empfehlen jetzt nicht zu kaufen und ihr könnt natürlich selbst entscheiden so leute das neue spiel ist gekauft und dahinten scheiß für kann meine bahn weg steht da ich meine bahn verpasst leute ist nicht so schlimm als muss ich eine halbe stunde war weil wir leider samstag haben ist jetzt auch egal ich zeige jetzt einfach mal das neue spiel das neue spiel ist emma games 5 oder emergency 5 für 39 euro 99 ich wollte mir eigentlich die deluxe die schon holen die war aber leider schon ausverkauft und zwar ein riesen aufwand das spiel umzutauschen die wollten das nicht zurücknehmen ich habe gesagt ich will das umtauschen wenn ich gefallen habe hat hat die zwei lieben mitarbeiter eine ausnahme gemacht und haben das spiel dann doch zurückgenommen ja die idee hat doch schon leichte kratzer habe ich aber glück gehabt haben sie genommen und jetzt habe ich mir halt emma games 5 geholt und ich muss gucken ob ich das heute schaffe aber heute kommt vielleicht die erste folge schon also freut euch und ja wie gesagt glücklichen war leider nicht mehr da das ist ein sehr cooles spiel mein lieblingsspiel helden retter und einsatz leid einsatzleiter gesucht da muss halt immer feuerwehr krankenwagen polizei alles möglich muss man steuern und ja ich habe ihr freut euch auch das spiel gekauft habt und wenn ihr regelmäßig die folgen davon gucken wollt abonniert einfach meinen kanal und jetzt geht's ab nach hause und direkt schalte ich den rechner anfangen die spielern zu zocken das ist einfach geil das spiel da habe ich richtig lange darauf gewartet und jetzt ist endlich da ist schon etwas länger draußen aber ja ich habe mir das jetzt geholt habe ich mich dazu entschieden noch mal was zu essen zu holen so ich habe jetzt noch ein paar bonbons geholt und nach apfelschorle weil die bahn hat noch übertrieben lange glaube ich jetzt endlich kommt ich glaube wir zurück zum bahnsteig und hoffe dass sie dann kommt im ex direkten timer gestellt bin ich wieder pünktlich bei der wahl anstelle bin ich wieder verpassen muss wieder eine halbe stunde warten deswegen dauert jetzt noch fünf minuten zirka will ich am bahnsteig sein muss weil ich will endlich nach hause und emma game spielen leute endlich wieder die erste folge aufnehmen weil ich habe dieses spiel gar kein display davon ich habe keine ahnung wie das ist doch eines da habe ich kurz reingeschaut das ging dann irgendwie da habe ich kurz reingeschaut um die grafik gesehen habe ich habe sonst nichts gesehen die grafik kannst du schon mal sagen die ist der hammer leute und ja dann hoffe ich dass die bahn jetzt endlich bis zum go Musik So Leute, ich bin jetzt zu Hause angekommen Und ja, bei Rückwied gab es ein paar Probleme Ich habe den Bus beim Rückwied genau verpasst Da musste ich noch eine Stunde an der Bushaltstelle warten Aber ja, wir machen das Spiel jetzt mal auf Ich werde diesen Sicherheitsverschluss lösen Das ab Das hier abziehen Alle möglichen Sicherheitsverschlüsseln ab Und dann machen wir mal auf Ich will jetzt mal wissen, ob da eine Anleitung oder so drin ist So Leute, es ist offen Guckt mal rein Hier ist das gute Spiel So Anleitung ist dabei Cool Die mir noch schon ein bisschen was So ein paar Bilder und so Ja, dann lese ich euch nochmal vor Was hinten drauf steht Also Helden, Retter und Einsatzleiter gesucht Feuer, Feuer, Brunst in Berlin Ärger auf dem Oktoberfest Springfurt in Hamburg In MAGN 5 geht es jederzeit heiß her Wer schon immer als Einsatzleiter, Feuerwehr, Polizei, Technische, Einsatzkräfte oder Sanitäter Dirigieren wollte Ist hier genau richtig Im Laufe der umfangreichen Tampagne Wechseln sich Wechseln sich kleine Unfälle Mit umfangreichen Groß-Events ab Und sorgen für viele Stunden spannenden Spielspaß Davor kannst du das Indegrierte Tutorial absolvieren Das die grundlegenden Mechanismen und Funktionen des Spiels beibringt Ich hoffe, dass wir das Tutorial überspringen können Wenn wir das nicht machen müssen Und ja, ich hoffe, dass heute die erste Folge kommt Und ja, ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen Wenn ja, würde ich mich sehr meinen Daumen nach oben freuen Und ich hoffe, dass heute Nachmittag die erste Folge kommt